Du machst jetzt so einen Rechtsbogen sozusagen. Hallo! Hallo! Kriegst du Besuch? Ja, wir kriegen Besuch, aber eigentlich nicht. Also es ist die Freundin von meiner Frau mit ihrem Sohn, der der Kumpel von meinem Sohn ist. Und da hat mein Sohn seine Beschäftigung. Meine Frau hat ihre Beschäftigung. Und ich hab meinen Mordhäuser. Oh, Matze! Wir sind richtig, wir sind hier. Du musst in das Haus hier. Geil! Was muss ich eigentlich machen? Ich hab's schon noch vergessen, Mann. Hier hoch. Halt, falsch, geh hoch. Warte mal, hier ist das Schlachtzimmer. Hier ist das Schlachtzimmer. Und hier muss der Laptop liegen. Oh, ja. Wieso komme ich hier nicht mal raus? Ich hänge fest. So schleiche ich auch. Du musst immer in der Mitte zwischen den zwei Scrests schießen. Das stimmt. Und ich weiß nicht. Ich will eigentlich die Scrests machen. Hatten wir nicht noch eine? Fischern, 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 Fischern. Ja. Nee, hier, Jägers, Freund. Da müssen wir uns... So, hab ich es gerade gemacht. Ich bin da auch raus. Ich bin da auch vorbei. Also, ich bin einfach hier an der Küste lang. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind, wo die zwei Hütten sind. Und da vorne ist das Camp. Das Wasserwerk. Na ja, da hast du, glaube ich, hier hinten das Dorf. Da schießen die Skeps schon auf uns. Da schießen die schon auf uns, Alter. Ja, die ballern einen Sinn noch rum, ja. Ja, hier fliegen die Kugeln an mir vorbei, Alter. Oder sind beschossen? Wo bist denn du? Ich bin ja noch hinter dir, hinter dem Felsen. Oh. Ich hab beschossen. Wenn ich es wenigstens mal sehen würde. Ich weiß keine Ahnung, wo du bist. Ich bin zurückgerannt. Ist das da oben irgendwo? Siehst du? Mit Schall gedämpft? Ja. Ich sehe das nicht. Das kann doch kein Spieler gewesen sein, oder? Weiß ich nicht. Da sind doch aber auch Rogues da drin. Das ist doch das Lager. Mhm. Da schossen auf jeden Fall. Das nervt ganz schön. Wenn ich wenigstens das scheiß MG mal sehen würde. Da oben auf dem Turm ist irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob es ein MG ist. Wieso sieht er uns eigentlich so gut? Geht's hier mal hoch über die Straße. Gerade mit so einem scheiß MC, Alter. Da hast du ja nicht mal einen Scope drauf. Da würde ich jetzt nicht lang gehen. Nee, ich auch nicht. Aber sind da oben Minen, wo du jetzt hinläufst? Nee, die sind erst auf der anderen Plusseite. Wie ein Scope, oder? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, hä? Nicht ganz dicht da, Gerne. Vor allen Dingen, wie sieht er uns so weit, Junge? Ich hab doch das Scope geguckt. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Jetzt schießt doch jemand anders, oder? Schießt doch jemand anders. Keine Ahnung. Was, Michael? Jetzt hat er dich wieder auch nicht gesehen, oder was? Bitte, oder? Nein! Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss, Benji. Dann ist den klein. Mensch, weißt du, wer es war? Ja. Ja, das ist irgendein Typ halt, ne? Ja. Gibt es doch gar nicht. Also du musst im Prinzip an dem Gebäude vorbei. Ja. Vorne schießt man auch den Spieler auf den zurück, aber hier. Bist du jetzt schon über die Hauptstraße drüber, oder bist du noch auf der anderen? Ne, du bist da schon vorbei. Okay. Du kannst dich da auch vorbeischlängeln. Durchs Dorf? Ja. Also geh erstmal da um das Gebäude drumherum, oder? Da ist ja auch so Heiltierloot drin. Hier, durch das da. Da muss ich rechts dran vorbeigehen. Hier ist jetzt Wasserbenji. Genau, da muss sie runter. So, da vorne habe ich eine Brücke gesehen. Da muss sie drüber, da steht ein Auto drauf, ne? Ja. Hier, durchs Wasser werde ich nicht können. Da steht ein Trecker da vorne, ein Auto drauf, da muss sie hin. Und drüber. Dann schießt's. Dann musst du dich rechts halten. Der Bunker ist gleich hier vorne. Hier läuft was? Hier ist der Bunker. Ist das ein Skeff? Alter, mir die Knochen gebrochen. Der fliegt dich erstmal. Der Bunker ist gleich hier dahinter, hinter dieser Bude. Hinter welcher, hinter der ich jetzt bin? Ich habe gar nicht gesehen. Rechts, dahinter müsste der sein. Ich habe gar nicht gesehen. Ich glaube, da wo du draufliegst, ist der Bunker. Achso. Ich habe einen Benji. Der Brief davor, den musst du aufgeben. Achso. Oh, danke. So, theoretisch könnte ich jetzt hier hinten über die Brücke oder den kleinen Steg. Ja, du kannst auch ganz hinten, da kannst du auch über die Steine gehen. Okay. Aber da ist dann das Exit auf jeden Fall. Vielleicht noch schnell was Essen und Trinken. So, das ist dann auch wieder. Jetzt weiß ich auch nicht, wo du hingehst Ja, ich muss hier oben dann rechts rum Den Exit kenne ich nicht Ne, ich glaube, ich weiß gar nicht Hier gibt es gar nicht Ja, ich gehe jetzt Richtung Shoreline, Benji Gehe hier durchs Gebirge sozusagen Achso, ne, ich kenne das dort nicht, wo du gerade lang gehst Es kann natürlich sein, dass ich hier eine Minen reinlatsche Ja, das ist gut, ja, weil ich Das sagt mir jetzt gar nichts Achso, du machst so einen Bogen rum Ja, klar, okay Ja, gibt es noch einen direkteren Weg Du hättest einfach das Dorf weiter hintergehen können Ne, da war ich, da bin ich ja nicht Hier bin ich ja nicht, hätte ich zurückgehen müssen, Benji Das war ja hier dieses kleine Dorf auf der Insel da drin Ach, du hast recht, ja Aber du kommst ja trotzdem drüber Ehrlich? Du kannst über die Steine gehen, ja, ja Da sind wie so ganz viele Steine, da kannst du einfach drüber gehen Okay Also übers Wasser sozusagen Über den Wie Jesus, Junge, übers Wasser Jetzt weiß ich, was du meinst, ja, ich habe es gerade auf der Karte gesehen Du machst jetzt so einen Rechtsbogen sozusagen Hallo Hallo Ey, ich komme ja nicht mehr weg Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier? Siehst du das? Ja Das ist nicht verarschend Ist das jetzt mein Internet, oder was ist das? Jetzt würde ich dich nicht mehr hören Ich scheine hier in irgendeinem Baum zu hängen, oder was? Nee Ach komm, Alter, hör mir doch auf, Junge Kann ich das hinlegen, oder kriechen, oder irgendwas? Oder springen? Nee, bringt alles nichts Steht er nicht auf? Ach, Alter Was ist denn, wenn ich jetzt alte 4 drücke, bin ich tot? Nee Eigentlich nicht, du könntest ja wieder rein Du darfst nur nicht abbrechen den Raid, oder? Ja Ja, ich glaube, du darfst nicht raus und Disconnect klicken Glaub ich Da hängen jetzt 3 Quests dran, Alter Ups Naja, das eine mit dem Koffer Dann jetzt hier der Brief Und noch einmal entkommen Genau Für die verlorengegangene Gruppe, die da irgendwie rumschimmelt Ach, das wäre so ärgerlich Oh, sieht gut aus Ich lebe wieder Ich lebe wieder Geil Jetzt nochmal zum Baum Ich habe einen großen Bogen um den Baum gemacht jetzt Zum Glück geht ja auch, glaube ich, nie jemand lang Ich kann den Weg auch jetzt nicht, den du gegangen bist Also dahinter ist schon die Schorleinmauer Aber ich glaube, das ist plausibel Das ist plausibel, was du gesagt hast Ja, hier hinten ist die Schorleinmauer, glaube ich Das sieht man jetzt nicht mehr Jetzt wollen sie bloß nicht, wie ich hier runterkomme Aber wird schon irgendwie Ich glaube, hier vorne war so ein So ein Weg Ich weiß ja nicht, wo die alle sitzen können Das sind ja die Brüder Das ist lecker Das ist lecker Wenn ich nicht in Minen reinlatsche Ah ja, da hat sich Es hat sich doch bezahlt gemacht Hier ist auch Hier ist schon der Exit Ja ja, dann ist es dann Du gehst einfach weiter und dann kommt auch mein Grün Ja, dann ist es dann